1. Jan Chuinski hat beim ATP-Challenger-Turnier in Meerbusch das Endspiel erreicht, indem er mit 7 zu 6, 7, 3 zu 6, 3 zu 6 knapp dem Slowaken Filip Horanski unterlag. 2. Jan Chuinski hatte im Halbfinale der mit 43.000 Euro dotierten Veranstaltung gegen Dustin Brown gewonnen, 6 zu 4, 6 zu 3, Gegner Horanski auf dem Weg ins Endspiel nacheinander die beiden Youngsters Nikola Kuhn, 6 zu 4, 1 zu 6, 6 zu 1 und Rudi Mollecker, 7 zu 6, 4, 6 zu 2 ausgeschaltet. Mollecker hatte seinerseits im Viertelfinale gegen die Nummer 2 des Turniers Petro Susa, gewonnen. Für den 25-jährigen Horanski war es der erste Titel auf der Challenger-Tour. Turniersiege für Jan und Helle Auch auf dem ITF Pro Circuit waren einige Spieler aus Deutschland erfolgreich. Jeremy Jan siegte in Bitgosz, Polen, 25.000 US-Dollar im Finale gegen den Brasilianer Petro Sacamoto mit 6 zu 3, 6 zu 4 und holte seinen zweiten Future-Titel des Jahres. Der Top-Gesetzte Peter Heller schlug in Santa Cristina Valgadena Italien, 15.000 US-Dollar, den Lokalmatadoren Jan Iksena mit 6 zu 1, 6 zu 3 und sicherte sich seinen vierten Future-Titel. 2018 bis ins Finale von Karlsruhe, 15.000 Euro, ging es für Paul Börner, er musste sich hier dem Top-Gesetzten Ivan Garkov aus Russland mit 6 zu 7, 5, 3 zu 6 geschlagen geben. Im Doppel siegte Kai Wenelt an der Seite von Hugo Wohljack mit 7 zu 5, 7 zu 5 über Thomas Martin Echeverry, Alejo Villarro. Bei den Damen erreichte Taysia Mordärger in Oldenzahl, Niederlande, 15.000 US-Dollar, das Halbfinale, verlor dort jedoch mit 6 zu 7, 5, 4 zu 6 gegen Ariane Hartono. Werbung Werbung Werbung